Tom, was machst du da? Hallo, reiß dich doch mal zusammen jetzt. Was sagst du? Gibt was Neues, musste ich einfach grad feiern. Es gibt was Neues? Okay, ich habe nämlich gerade meine guten Freunde von *** im Schlepptau und die wollten ganz gerne wissen, ob du irgendwas Neues zu erzählen hast? Ich meine, ihr kennt euch ja auch schon. Was gibt's denn Neues? Was es Neues gibt? Ja, ist ja hier. Ulaplex Nummer 8, Bruder. Ulaplex Nummer 8, du verarschst mich. Alright? Dann lass mal hören, was das kann. Na klar erkläre ich das. Geht direkt los. Hallo wieder und es ist schön, euch wiederzusehen. Meine lieben Freunde, es gibt eine Neuheit bei Ulaplex und das ist Ulaplex Nummer 8. In diesem unglaublich formschönen Pumpspender. Und ich bin dazu da, euch kurz zu erklären, was sind die Hauptpunkte, die diese Maske brillant machen. Ihr wurdet bestimmt das ein oder andere Mal schon gefragt von euren Kunden. Hey, es gibt ein Shampoo Nummer 4, es gibt ein Conditioner Nummer 5. Warum gibt's denn keine Maske? Die Zeiten sind vorbei. Ulaplex Nummer 8 ist die Maske zum Pflege- und Ulaplex-System und ist genau das, worauf eure Kunden gewartet haben. Analog zu allen Ulaplex-Produkten ist auch hier der patentierte Inhaltsstoff drin. Auch Ulaplex Nummer 8 baut nachhaltig, langfristig Brücken im Haar wieder auf, bringt Haarstruktur zurück, stabilisiert die Haare. Was macht jetzt Nummer 8 da so viel anders? Nummer 8 ist eine Maske und wird auch wie eine Maske genutzt. Sprich, die Haare werden gewaschen, Haartuch trocken gemacht und dann trage ich Nummer 8 auf Längen und Spitzen. Bisschen auf den Ansatz, aber vorrangig auf Längen und Spitzen auf. Dieses wunderschöne Produkt kommt in einem formschönen Pumpspender mit Unterdruck, was es dosieren, ultra einfach macht und vor allen Dingen eben auch den letzten Rest aus diesem Produkt rausholt. Die Dosierungsanwendung ist sehr, sehr einfach und sehr schnell erklärt. Wenn ich feine Haare habe, auch wenn die Schulter lang sind, aber ich habe feine Haare, ich habe nicht so viele Haare oder ich habe kurze Haare, reicht mir ein Pumpstoß. Habe ich normale, schulterlange Haare, reichen zwei. Dann habe ich wirklich dicke Haare oder ich habe überschulterlange Haare, dann drei. Mehr als das ist nicht notwendig. Das bringt natürlich ein ultra cooles Preis-Leistungs-Verhältnis und macht das hier auch zu einem sehr langhaltenden und richtig tollen Produkt. Wenn ich das nutze, dann sieht das so aus. Diese Menge an Produkt reicht tatsächlich schon, um meine Haare komplett damit zu behandeln. Aber was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt dafür, dass man Olaplex Nummer 8 benutzen sollte? Und der ist ganz simpel erklärt. Meine Kunden, meine Follower und auch eure Kunden fragen immer wieder danach, welche Pflege benutze ich denn jetzt im Zusammenhang mit Olaplex? Weil viele immer noch nicht so richtig wissen, wie gehe ich damit einher, wenn ich Olaplex 4, 5, 6, 7 und dergleichen nutze. Und wir geben ja auch immer wieder als Anhaltspunkt, Feuchtigkeit ist der Schlüssel. Olaplex Nummer 8 ist eine tiefen Feuchtigkeitsmaske in Kombination mit dem patentierten Wirkstoff. Das heißt, ich schaffe es hier eine perfekte Symbiose der Pflege und auch des eigentlichen Wirkstoffes, der meine Haare aufbaut, herzustellen. Die Maske bringt Unmengen an Glanz, Unmengen an Feuchtigkeit, also Elastizität, bessere Flexibilität der Haare und overall die Pflege, die ich in Kombo mit Olaplex einfach brauche. Darüber hinaus ist es auch so, dass jeder, der die genutzt hat, auch bis dato schon gesagt hat, sie bringt auch ein höheres Volumen. Sie bringt eine bessere Standfestigkeit, macht Haare nicht weich, weich, sondern stabil und einfach wunderschön von Oberfläche und Gefühl. Was sind also die Kernpunkte, warum eure Kunden Olaplex Nummer 8 kaufen sollen? Die perfekte Pflege in der Verbindung mit jeder Art von Olaplex Dienstleistung, egal ob Rebuild, ob Blondierung, ob Farbe. Wenn ich zu Hause eine Pflege brauche, die Olaplex unterstützt und meine Haare dahingehend auch komplementiert mit den restlichen Produkten, die ich von Olaplex haben kann, dann brauche ich Nummer 8. Mehr Feuchtigkeit, besseren Glanz, bessere Elastizität und trotzdem immer Olaplex als Wirkstoff, der patentierter Weise die Haarstruktur wieder aufbaut. Mehr braucht man nicht. In den hinteren Reihen habe ich gehört, braucht man da jetzt einen Conditioner danach oder nicht? Nein, braucht man nicht. Olaplex Nummer 8 fungiert gleichzeitig auch adstringierend und schließt auch die Haarstruktur, weswegen ich das danach nur ausspüle und dementsprechend direkt weitermachen kann. Die Einwirkzeit für Olaplex Nummer 8 sind 10 Minuten. Wenn ihr noch so einen Profitipp haben wollt, dann erklärt euren Kunden bitte, wenn sie die höchste Aufbauwirkung haben wollen, zu Hause, die man mit Olaplex herstellen kann, dann nehmen sie Nummer 0, Nummer 3 und Nummer 8 als eine komplette Behandlung für Heim. Und das garantiert euch vor allen Dingen, dass ihr immer brillante Haare in den Salon bekommt und eure Kunden langfristig damit glücklich sind und langfristig die geilsten Haare haben, die sie haben können. Damit bleibt mir nichts anderes als euch extrem viel Spaß mit Nummer 8 als die Neuheit zu wünschen. Viel Spaß dabei, eure Kunden damit glücklich zu machen und beim nächsten Launch sehen wir uns wieder. Bis dahin, das war Pulse of Beauty.